Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind. Ich bin neu in der Gemeinde und mein Name ist Siegfried Schneck und ich werde jetzt hier sonntags immer die Annachten halten. Ich bin ein etwas anderer Pfarrer als die anderen Herrn Pastoren. Ich werde die Sonntagsandacht wahrscheinlich etwas humorier gestalten. Nichtsdestotrotz werde ich aus der Bibel zitieren. Ja, das war erstmal meine Begrüßung an Sie und dann wollen wir mal hoffen, dass wir gut miteinander auskommen. Ja, ich probiere mich nun als Theologen.